So meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit der kurzen News. Und zwar sind wir ab sofort auch auf Reddit und zwar auf reddit.com slash r slash johnnyfriendsgaming slash. Ich werde euch das unten verlinken. Das ist also hier unser Reddit-Eintrag. Wer sich damit auskennt, soll da entsprechend sich einen Link setzen und dann fleißig mitmachen hier. Wir haben also hier Memes, Joint Discord, nein, Copyright. Das ist ganz witzig, Discord, Copyright. Das sind eigentlich Claims. Wir haben eben Angst, dass wenn wir im Discord drin sind und jemand Musik einspielt, dass dann auf jeden Fall der entsprechende Stream, der Live-Stream gesperrt wird aufgrund eines Claims, weil irgendjemand behauptet, dass die Musik ihm gehört. Und deswegen haben wir eben Probleme mit Discord. Nils, wenn er lustige Stimme macht, Nils, Anfang des Streams, Zuschauer, Nils, Zuschauer, werden Zuschauer, die nicht wollen, dass der Stream endet, Zuschauer, die wollen, dass der Stream endet, und das knallt, dass der Stream endet, die maximale Situation gibt. Und da sind wir, Among Us, Nils, Blund, Tower Defense, 6, das Gesicht. Ja, das ist schön. So, wir haben hier, haben wir hier, was kommt, wenn ich hier drauf drücke? Nix, doch, hier, das gleiche nochmal. Zwölf Karma, zwölf Karma. ich werde auch das euch unten verlinken da könnt ihr euch das reddit von tim s anschauen und ja ist auch schön muss man auch können und tim s ist der hier unser abonnent hier der hat auch ein kleines video darüber gemacht auch diesen youtube kanal von tim s der für uns also reddit hier gemacht hat werde ich euch unten verlinken schaut euch seine videos an und wenn es euch interessiert dann abonniert auch diesen kanal und dann seid ihr immer auf dem neuesten stand der technik ja das war's schon bis zu den nächsten ja infos hier auf dem kanal bleibt uns treu abonnieren den kanal drückt die glocke und wir sehen uns im nächsten stream euer nils